Herr Dietz, Sie stellen die Risikoanalyse vor hier bei der zweiten Flexodrucktagung. Innoform und Unternehmensberatung Dietz arbeitet schon seit Jahren erfolgreich zusammen bei der Übertragung von Methodenkenntnissen aus anderen Industriezweigen auf die Verpackungsindustrie. Welchen Nutzen bringt die FMEA für die Druckindustrie? Ja, der Nutzen ist eklatant. Ich habe die Druckindustrie kennengelernt als sehr, sehr innovativ. Das heißt, man muss hohe technische Risiken eingehen. Und wir bieten an, in die Glaskugel zu schauen. Es gelingt uns bei der FMEA zu antizipieren, zu schauen, welche Fehlfunktionen könnten auftreten. Wir antizipieren gemeinsam mit den Fachleuten der Druckindustrie und entwickeln dann Maßnahmen. Seien es vermeidende Maßnahmen oder Verifizierung, um nachzuweisen, dass die konstruktive Lösung robust ist. Das heißt, wir bieten den Nutzen, dass wir, ohne dass wir in Stahl und Eisen fertig mit Konzepten sind, intensiv mit Fachleuten diskutieren, wo liegen Risiken, wie kann man die vermeiden. Und die werden konstruktiv umgesetzt, lange bevor Dinge in Eis und Stahl gehen.